Hallo Leute, der Zorero hier. Willkommen zur nächsten Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, und wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, falls ihr sie gesehen habt, dann wisst ihr, ich bin gestorben und bin respawned. Halt falsch, und bin respawned und zwar, davon muss ich lang, genau, ein ganzes Stück entfernt von dem, wo ich war. Das heißt, ich muss hier nochmal lang, und dann gab es diesen einen heftigen Kampf, und da oben lang nämlich, und dann müssen wir das nochmal machen. Nicht da runterfallen. Du kannst das, genau. Ich hau mir manchmal ab. Manchmal das nicht hinkriegt, da hochzuspringen. Also, ich muss das jetzt nochmal machen. Schön auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei bist. Ich hoffe, dass das relativ schnell geht. Genau, hier war Warrunning angesagt. Und hier lang. Und dann gucken wir auf der anderen Seite hoch, und da war irgendwie dieses Monster, glaube ich. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen besser durchkommen als letztes Mal, aber mal gucken. So, jump. Und hoch. Wow, war ich gerade weit weg, genau, dieses Monster. So. 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 Wow, ausweichen. Die Power ist vorbei. Vermerkt. Ich treffe ihn nicht. Verschussbüttel. Hier. Ihm nach. Jemand anderes soll ihn angreifen. Powerbüttel. Er ist auf seine Beine. Kann ich an ihm dranbleiben? Wir werden dich besiegen. Der Feind ist schwer verwundet. Durchbrecht seine Verteidigung. Ich sollte mich zurückziehen. So, Hammer. Und einen noch. Hä? Na. So, gut. Einmal Stim. Und dann. Gut. Das ging ja einigermaßen. Ich glaube, das war besser als letztes Mal. Ich musste mich aber auch echt konzentrieren. Also da nebenbei noch zu quatschen, war gerade echt nicht drin. Aber das haben wir geschafft schon mal. Stimmt, hier war das Kraftfeld. Da kann man nicht weiter. Also musste man. Lass ich gucken. Musste ich hier lang. Ja. So. Nein, halt. Nein, halt. Falsch. So. Ist hier irgendwas? Ah ja, da gab es irgendwas. Aber da komme ich nicht ran, weil ich das Ding noch nicht umschmeißen kann. Oder zu mir ranziehen kann. So, hatten wir die. Das war easy going. Warte, ich wollte mich hier erst kurz umgucken. Gab es hier irgendwas anderes? Abkürzung. Abkürzung freigeschaltet. Auch gut. Wo immer ich jetzt gerade hin bin. Ich habe eine Ahnung. Mal gucken. Genau. Hier unten bin ich. Und dann bin ich. Nee. Ja, doch. Genau. Jetzt bin ich da unten. Hier bin ich vorhin außenrum. Hier hoch. Da geht es nicht weiter. Das heißt, wir müssen wieder hoch. Muss ich kurz raus und wieder rein. Vermutlich. So. Müssen wir wieder hochfahren. Hier hilft alles nichts. Ähm, genau. So. Ähm, weiter geht's. Und dann hoffe ich mal, dass es klappt. Und ja, wenn du irgendwelche Anmerkungen hast oder sagst, äh, irgendwelche Tipps, die mir helfen, schreib das gerne in die Kommentare. Genau. Mit dem Typen da unten habe ich mich letztens angelegt. Und dabei bin ich gestorben. Kann man so gnadenlos sagen. Kann ich irgendwas anders machen? Ja, ich muss den. Warum hat er denn die nicht zurückreflektiert? Okay, das ging diesmal aber viel einfacher als letztes Mal. Krass. Auslöschungstruppler. Kommander. Okay. Ähm, krasse Sache. Das habe ich ja... Boah, das hier? Ja, ich glaube schon. Da habe ich mich ja unglaublich schwierig angestellt, letztes Mal. Hoppala. Das wäre ja fast schief gegangen. So. Gucken. Äh, da oben gibt es ein Seil. Da komme ich noch nicht ran. Also hier... Hier ist nix. Muss ich wohl hier lang. Na. Jetzt hackelt meine Steuerung gerade. Und Eisrutscher, würde ich sagen. Auf geht's. Los. Hopp. Und hier unten können wir speichern. Und ich habe ja auch einen Erfahrungspunkt dazu bekommen. Meditieren. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass ich jetzt einmal mich ausruhe. Aber erst mal gucken wir mit dem Fähigkeitspunkt. Ähm. Ich lenke Plasterbolzen automatisch, aber wenn ich Sprint und eine Wandlauffähigkeit benutze. Ja, ich weiß auch nicht. Okay. Ein Luftangriff. Aber das kostet zwei. Das kostet einer. Ja, das ist vielleicht ganz praktisch. Da kann man auf die zu rennen, sozusagen. Und, äh... So, ausruhen. Da kann man auf die zu... Also ein bisschen rennen und er lenkt die halt ab. Also man kann hinsprinten. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. So. Da fällt es schon wieder so ein komisches Vieh. Äh. Äh. Ähm. Bin gerade verwirrt. Geht's hier tatsächlich weiter? Muss ich hier runterspringen? Ah, da ist auch noch einer. Uiuiuiuiui. Okay. Ähm. Also anscheinend muss ich hier runterspringen. Und darüber schwimmen. Vermute ich mal fast. Und mich um die beiden Gegner... Ne. Was machst du jetzt? Um die Viecher kümmern. Funkspruch absetzen? Hä? 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 Wo warst du denn? Ich meine, besser als ich geht gar nicht. Ja, okay. Ich wollte mich nur bedanken. Äh. Also du bist wirklich... Äh. Gern geschehen, Kleiner. Ich... Ich... Äh. Ich muss weg. Ich hab zu tun. Also, äh. Wir sehen uns. Äh. Ciao. Tschaui. Tch. Okay. Der Typ ist ja total... ...verwirrt. Sozusagen. Äh. So. Äh. Ich kann hier hoch, oder? Oder? Wo man sie hingeht. Überladen. Wow. Okay. Da sind... Da ist noch einer, oder? Da sind es... Sind es zwei? Ja. Quatsch. Sorry. Nein, halt. Äh. Warte mal kurz. Ich glaube, ich muss da rauf. Auf den... Wie geht das? Wie komme ich denn da hoch? Mist. Wie komme ich denn da hoch? Muss ich... Ach, ich muss auf den ersten rauf. Nur weg. Da. Mist. Also, nochmal. Äh. Wann bin ich gekommen? Wenn ich auf den rauf kann? Nee. Kommen die auch nicht hoch? Wie komme ich denn bitte da hoch? Ich komme da nicht hoch? Na so'n Scheiß. Ich dachte, ich komme da irgendwie rauf. Wow. Ich komme hier nicht hoch. Den komme ich hoch. Und dann komme ich aber nicht auf den anderen. Irgendwie. Nee. Ich habe es nicht. Ähm. Okay. Die nochmal überladen. Dann ist wieder Ruhe. Ich komme auf den rauf. Aber von dem nicht auf den nächsten. Okay. Ähm. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich weiß das gerade nicht. Also, ich vermute fast, hier muss ich nochmal wiederkommen. Ich warte eigentlich immer noch darauf, dass ich irgendwie mal einen besseren Sprung hinkriege. Oder sowas. Das heißt, da oben geht es irgendwie weiter und dann da drüben. Mal gucken. Ja. Hätte die nicht markieren sollen. So. Ich muss den gar nicht bekämpfen. Ich kann einfach so weitermachen. Und mich hier hochschleichen. Auch gut. Dümmern wir das einfach mal. Wow. Plumpf. Suchtruide weg. So. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Ja, da vorne geht es weiter. Okay. Äh. Da lang. Soll ich den ganz tiefen Abgrund springen? Ab. Wow. Mist. Na toll. Der hat mich erwischt. Fieses Vieh. Da drüben ist eine Kiste. Da muss ich aber mich verschundlich mit dem anlegen. Okay. Wow. Mist. Der hat mich noch erwischt. Das war so nicht geplant. Mal heilen. So. Hier habe ich den Sprung nicht geschafft, weil der mich angeschossen hat. Noch mehr Suchtruiden. Bumpf. Drücken wir den lieber weg. Nicht, dass der hier normal ankommt. Da hinten ist noch einer. Äh. Der. Da sind noch zwei. Oh Mann. Hä? 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 Der hat immer auf den anderen, ist immer, ist immer auf den anderen gegangen. Ich habe keine Kraft mehr. Mann! Warum hatte ich denn jetzt keine Kraft mehr? Naja. Gut. Geschafft haben wir es. Äh. Ich muss da hoch. Hier Wallrunning machen? Nee. Ich muss irgendwie da hoch. Aber ich komme da nicht hoch. Also müssen wir erst mal runter. Offensichtlich. Ein Echo. Ah. Alle Truppen, Alarmstufe Rot. Hä? Hä? Der Commander starb durch ein Lichtschwert. Okay. Interessant. Und einmal überladen bitte. Das ist der Fall für dich, BD. Und jetzt? Achso. Ist er wieder da drüben? Okay. Was auch immer. Achso. Ich könnte hier zurück. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ich habe gerade keinen blassen Schimmer mehr. Bin da hinten. Da unten muss ich hin. Ich bin gerade hier sonst wo. Oh Mann. Ich mache hier gerade sonst welche Erkundung. Und muss hier glaube ich eigentlich gar nicht hin. Aber naja. Egal. Was soll's. Schupp. Ist irgendwas? Nö. Wobei. Doch. Das ist eine. Das ist so eine Kapsel. Die abwärts geht. Ah. Dann ist die Richtung gut. Wir kommen der Sache näher. Dann komme ich hier doch da unten hin. Das ist super. Jetzt hatte ich Grease Kochkunst in Verdacht. Hehehe. Jetzt wird es stärker. Je näher wir kommen, desto schlechter geht's mir. Das ist nicht gut. Style. Das ist nichts Gutes. Zählt war noch ein Jedi? Muss ich gegen einen Jedi antreten? Imperiale Grabungsstätte. Okay. Mal runter. Mal gucken, ob hier irgendwas ist. Huch. Überladen. Schupps. Mal hier rüber. Das ist anscheinend ein Grabungsbohrer. Nee. Wobei. Vielleicht brauche ich das von oben dann noch. Ich hab so das Gefühl, das könnte ich da oben noch brauchen. Setzen wir mal hoch. Hey, hau mal ab. Ausweichendes Verhalten erkannt. Nein, komm. Oh. Wow, Mist. Genau, reingesprungen. Wertlos. Integrität gefährdet. Jedi schwer verwundet. Feind weit Angriffen aus. Gut. Haben wir die beiden erledigt? Zwei auf einmal. Das ist ja jetzt auch nicht nett. Okay. So, was haben wir hier? Eine Erdbank. Ein Upgrade. Okay. Ah. Nutze Seilrutschen in beide Richtungen. Das ist sehr cool. Nur da komme ich nicht lang. Das heißt... Das heißt... Jetzt muss ich die Seilrutschen benutzen. Ich verstehe. Jupp. So, das heißt, den müssen wir dann wieder zurück überladen. Und... Meditieren. Okay. Da die Zeit doch schon fortgeschritten ist... Der Speicherpunkt war ja vorher noch nicht, oder? Speichere ich mal und beende hier die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.